360 Grad. Thüringen digital entdecken. Im ersten Digital Showroom Deutschlands erleben Besucher das Bundesland ganz neu. In vergleichsweise sehr, sehr kurzer Zeit haben wir eine Mammutaufgabe gestemmt. Ein Dreivierteljahr zuvor. Die Umbauarbeiten in der ehemaligen Touristinfo in Erfurt beginnen. Ein mutiger Zeitplan. Denn schon in neun Monaten soll von dieser Baustelle nichts mehr zu sehen sein. Zur gleichen Zeit in Berlin. Hier geht es sinnlicher zu. Denn hier entstehen neue virtuelle Welten. Bei der Kreativagentur Triad Berlin wird Thüringen aus allen Perspektiven erfasst und digital wieder zusammengesetzt. Dieser Roboterarm soll das Herzstück der neuen digitalen Erlebniswelt werden. Bald wird er sanft über eine Landkarte gleiten und die schönsten Seiten Thüringens zeigen. In nicht einmal einem Jahr entsteht so das digitale Gesamtwerk 360 Grad Thüringen digital entdecken. Digital erlebst du. Das ist eigentlich das nächste Level von Digitalität, das da gezeigt wird, indem du die als eine Verbesserung deiner analogen Lebensumstände begreifst. Zurück in Erfurt. Nur drei Wochen vor der Eröffnung die letzten Handgriffe. Auch der Roboterarm ist in Erfurt angekommen. Und er bekommt seinen Platz ganz zentral. Mitten in der neuen Erlebniswelt. So sah es noch vor wenigen Monaten hier aus. Aus der ehemaligen Touristinfo ist heute eine digitale Welt für alle Sinne geworden. Größer, heller und freier. Das ist die neue digitale Erlebniswelt am Willy-Brandt-Platz in Erfurt. Hier können die Besucher Thüringen als modernes und weltoffenes Bundesland erleben. Wir sind nicht nur ein Tourismusland, sondern wir sind auch ein Land, wo man wunderbar leben kann, wo man gut studieren und arbeiten kann. Und all diese Facetten zu zeigen, das ist natürlich digital sehr gut möglich. Ich denke, das ist ein Renner, das ist ein Magnet. Und wir werden so auf Thüringen noch besser aufmerksam machen können. Drei Räume bieten den Besuchern drei verschiedene Erlebniswelten. Im Raum Weitblick verschmelzen Wirklichkeit und virtuelle Realität. Virtual Reality eröffnet hier ungewöhnliche Perspektiven. Die ganze Vielfalt Thüringens in 360 Grad. Nur echt ist schöner. Im Raum Lichtung wird es interaktiv. Der Roboterarm erzählt Geschichten aus dem Land. Und nebenbei lernen die Besucher, wie Thüringen geografisch aussieht. Die Tour wurde aktiviert. Wo man überall schnuppern kann, ohne sich weiter weg zu bewegen. Und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich denke schon, dass das eine Bereicherung ist für Thüringen und auch für Erfurt. Ich bin wirklich begeistert und stelle fest, dass viel mehr hier gezeigt wird, als ich vermutet habe. 360 Grad. Thüringen digital entdecken. Das und viel mehr ist die neue digitale Erlebniswelt in Erfurt. persönlich geht weiter. Untertitelung des ZDF, 2020